Moin, liebe Toll-Familie und liebe Fußball-Freunde da draußen und damit ein herzliches Willkunftsdruck hier auf meinem Kanal und zum 12. Spieltag hier der 3. Liga. Meine Lieben, wir sind hier natürlich wieder am Start. Englische Woche steht an, das bedeutet heute und morgen ist natürlich auch ein Spieltag hier in der 3. Liga. Wir gehen auf den 10. ein, weil ja jetzt der 11. jetzt hier heute und morgen läuft. Demzufolge kann ich schon mal sagen, habe ich natürlich meine Tipps vom 11. Spieltag, wie ich die Spiele heute und morgen getippt habe, mit in die Tabelle, oder werde ich mit einfügen hier, um meine Tabelle zu erstellen und mal gucken, wie dann meine Tabelle aussieht. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr seid auch mit am Start. Tippt fleißig mit, deswegen, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst es doch noch um, da vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und wie gesagt, schreibt eure Tipps unten in die Kommentare hin. Schauen wir doch erstmal auf den 10. Spieltag und wie gut ich da getippt habe. Nämlich, nicht so gut. 19 Punkte nur, ein bisschen bitter, hätte ich gerne ein bisschen mehr Punkte natürlich geholt. Einmal 7 Punkte mit Cottbus dann 1000, waren unentschieden. Ansonsten zweimal 5 Punkte auch, dadurch, dass Mannheim deutlich gegen Aue gewonnen hat. Und eben, dass Dortmund 2 sehr torreich, habe ich auch richtig getippt, gegen Viktoria Köln gewinnt. Und dann eben, habe ich die Tore von Aachen richtig und von, ach ja, und von Dresden, genau. War ein sehr wildes 3-3. Dresden, muss man gucken jetzt, finde ich, wie sie jetzt natürlich heute spielen oder morgen. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ich muss beim T-Katz kurz gucken, wie sie morgen spielen, genau. Wird auf jeden Fall nicht einfach, deswegen, ich bin da gespannt, wie Dresden sich da jetzt auch so die nächsten Spiele eben präsentiert. Von daher, ja, ihr wisst, was zu tun ist, meine Analyse habt ihr gesehen und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem ersten Spiel und tippen als erstes Ingolstadt gegen Dortmund 2. Also, Ingolstadt ist so ein Fall für sich, finde ich. Also, jetzt hat man ja eben am Wochenende 1-1 nur gegen Verl gespielt, jetzt spielt man heute in Köln gegen Viktoria Köln. Ähm, um dann eben am Freitag zu Hause gegen Dortmund 2 zu spielen. Es ist ein Heimspiel, das heißt, es könnte ein Vorteil sein. Ingolstadt tue ich mich sehr schwer mit. Ich glaube, Ingolstadt wird sich auch schwer tun. Ähm, letzte Saison, wir gucken mal sehr, sehr gerne drauf, wie letzte Saison nochmal die Spiele liefen. Ähm, tatsächlich war es zweimal ein 1-1 und lustigerweise war das bei Dresden im Kopf. Das ist wirklich kein Scherz. Ich glaube, das wird wieder ein 1-1 werden. Ich habe das Gefühl, dass Dortmund 2 einen Punkt mitnimmt und Ingolstadt sich so ein bisschen wieder schwer tun wird. So ein bisschen Ingolstadt-mäßig. Ähm, deswegen kann ich für mich jetzt nur aktuell eben ein 1-1 tippen. Weil ich das sehr schwinde, sehr schwer finde, auf einen Sieger da zu tippen. Deswegen muss ich hier mit einem Unentschieden gehen. Kommen wir zur nächsten Begegnung und tippen die Begegnung Bielefeld gegen Alemania Aachen. Bielefeld jetzt ja eben zuletzt mit dem Sieg tatsächlich ja gegen Osnabrück. Sehr, sehr bitter. Ähm, ich glaube, alle Tore, wenn ich mich jetzt nicht irre, finden, glaube ich in der zweiten Halbzeit. Kann das sein? Ich glaube. Ähm, ja. Ist natürlich sehr, sehr bitter für Osnabrück. Für die Bielefeld natürlich gut, weil zum aktuellen Zeitpunkt steht man eben auf Platz 3. Ähm, also finde ich krass. Also ich hätte jetzt nicht so stark eingeschätzt. Klar, ich habe die eher unten getippt. Muss ich auch zugeben, so Mittelfeld. Ähm, ich sage mal, wir sind aber noch immer früh in der Saison. Es kann theoretisch immer noch alles passieren, wenn wir ehrlich sind. Ähm, Aachen jetzt am letzten Spieltag eben gewonnen in Rostock. Und auch Aachen, ähm, steht jetzt ja ein bisschen besser da. 13 Punkte, Platz 10. Also man kann sagen, gutes Mittelfeld eben. Von daher mal gucken, wie die sich eben dann präsentieren werden. Ähm, da würde ich auch mal gerne gucken, wie ist die Bilanz der beiden? Es gab bislang einige Begegnungen der beiden. Holy shit. Ähm, es gab bislang 44 Begegnungen. Die Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften. Sehr, sehr krass. Ähm, Bielefeld, 16 Siege. Aachen, 19 Siege, 9 Unentschieden. Das letzte Spiel der beiden war in der dritten Liga. Und zwar in der Saison 2012-13. Und dort hat, äh, in Bielefeld, ging in der Hinrunde das Spiel in Bielefeld, das war der erste Spieltag, da spielt 1-1 aus. Und in der Rückrunde, das war tatsächlich aber noch das gleiche Jahr, 2012, das war am 1.12., ähm, dann der 20. Spieltag, hat Aachen 2-1 gegen Bielefeld gewonnen. Ich finde das hier jetzt ein bisschen schwieriger, weil Bielefeld ist natürlich gut, letztes Spiel zu Hause gewonnen. Jetzt ist das für mich, sag ich mal, zu diesem Zeitpunkt. Dann, darf man nicht vergessen, dann spielen sie jetzt ja morgen, morgen in Hannover. Ist natürlich so weit weg. Und dann zu Hause gegen Aachen. Aachen spielt zu Hause gegen Unterhaching. Unterhaching, sehr unangenehme Mannschaft. Mit Unterhaching komme ich überhaupt nicht klar, sage ich hier nochmal. Ähm, und dann jetzt in Bielefeld. Mein Gefühl sagt mir, das wird ein Unentschieden. Mein Gefühl sagt mir, das wird ein Unentschieden und das wird ein 2-2. Dann kommen wir zur nächsten Begegnung. Und, äh, gehen auf die Begegnung, ja, Osnabrück gegen Saarbrücken ein. Ja, ähm, Osnabrück, ich habe so gedacht, irgendwie, vielleicht zündet es so ein bisschen. Man gewinnt dann auch vielleicht gegen Bielefeld eben Pustekuchen, 3-1 verloren. Saarbrücken, dahingehend jetzt ja am Wochenende eben mit, ähm, mit dem Sieg gegen Stuttgart 2, 2-3, hat man gewonnen auswärts. Ähm, und dadurch ist Saarbrücken auch nochmal gut nach oben gekommen. Platz 5 ist man aktuell mit 17 Punkten. Osnabrück, ja, grüßt vom letzten Tabellenplatz nur 8 Punkte nach 10 Spielen. Das ist halt echt schlecht und das ist eigentlich überhaupt nicht Osnabrück würdig. Und, ähm, das Ding ist, soviel kann ich schon mal sagen, wenn ihr die zweite Liga schon gesehen habt. In der zweiten Liga habe ich mir wieder Tipps einholen lassen. Ähm, und natürlich tippe ich immer da jede Begegnung immer auf Braunschweig. Ob ich jetzt nur Punkte hole oder nicht, aber generell gehe ich eigentlich, oder tippe ich schon positiv gegenüber Braunschweig. Ähm, und auch hier möchte ich eigentlich natürlich gegenüber Osnabrück fair sein und, oder was heißt, nee, nicht fair sein. Erstmal auf den Sieg Osnabrück tippen, weil ich mir so denke, die spielen zu Hause, die könnten schaffen, wäre schön. Mit Saarbrücken kommt aber ein unangenehmer Gegner. Ja, deswegen muss ich leider sagen, obwohl ich hier gerne, wirklich sehr, sehr gerne, einen Sieg vor Osnabrück tippen würde, 1-1. Also, ich kann hier bislang noch nicht auf einen Sieger tippen an diesem Spieltag. Für mich sind das bislang nur unentschiedene Spiele. Ja, leider 1-1. Ich hätte sonst sehr gerne gesagt 2-1 oder 3-1, also... Osnabrück spielt zu Hause, die müssten Druck machen. Komm, komm, was soll 2-1, komm. Ist egal, ist egal. Dann ist es so, wenn ich da keine Punkte hole. Aber ich fühle mich besser, wenn ich auf diese Mannschaften gehe. Ich denke, ihr kennt das. Ihr habt eure Mannschaft und dann wollt ihr auch am liebsten immer auf eure Mannschaft gehen. Außer es ist wirklich so eine aussichtslose Partie. Dann muss man realistisch stimmen. Aber ich sag mal, ein 2-1 ist möglich. Ist möglich. Dann kommen wir zur nächsten Begegnung. Und gehen auf die Begegnung Rostock gegen Essen ein. Also, Rostock am letzten Spieltag ja verloren. Schlauze gegen Aachen. Heute spielt man in Saarbrücken. Nicht vergessen. Und die spielen gegen Essen. Essen am Wochenende mit einem 3-3 in Dresden. Und spielen morgen gegen Verl. Von daher Essen vielleicht ein bisschen ausgeruhter. Ausgeruhter mit einem leichteren Los. Weil Saarbrücken ist für Rostock schon da, finde ich, ein härterer Gegner. Wenn wir auf die Tabelle schauen. Rostock aktuell 17er. Und Rot-Weiß Essen 14er. Sind jetzt nicht so weit weg auch punktemäßig. Deswegen ist es sehr, sehr schwer zu sagen, wie ich jetzt an diese Begegnung rangehe. Rostock traue ich generell zu Hause immer ein Tor zu, wenn ich ehrlich bin. Außer es wird irgendwie hart. Und Rot-Weiß Essen. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie habe ich das Gefühl. Die haben sich so ein bisschen gefangen. Werden vielleicht so eine kleine Siegesserie feiern. Oder ungeschlagen Serie zumindest. Das ist tatsächlich jetzt so. Eigentlich auch hier eben aus Saarbrücken. Ich sage mal eigentlich unentschieden. Aber ich sage mal, wenn man das jetzt mal so ausklammert. Ist das jetzt hier ein Spiel, wo ich auf den Sieger gehe. Und irgendwie sagt mir ein Gefühl, dass Rot-Weiß Essen in Rostock gewinnen wird. Sagt mir irgendwie ein Gefühl. Dann kommen wir zu zwei Mannschaften, die ich absolut hasse in dieser Liga. Und wo ich die wenigsten Punkte, glaube ich, hole. Und das ist Unterachin gegen Viktoria Köln. Ich mag diese beiden Mannschaften überhaupt nicht. Also nicht per se. Ich mag die nicht. Nicht falsch verstehen. Da mag ich wirklich andere Mannschaften wirklich nicht. Aber das Ding ist, ich mag die beiden nicht, weil die so komisch zu bespielen sind. Du kannst die null einschätzen, diese beiden Mannschaften. Unterachin jetzt ja eben zuletzt mit dem Unentschieden ja eben gegen 1860. Viktoria Köln mit der 3 zu 5 Niederlage zu Hause gegen Dortmund 2. Also wie willst du bitte daran gehen? Unterachin 19. vorletzter Platz. Viktoria Köln aktuell 8er Platz. 5 Punkte trennt beide. Also das ist wirklich auch eng beieinander hier mit den Punkten ja auch. Darf man nicht vergessen. Unterachin spielt morgen in Aachen. Viktoria Köln spielt heute gegen Ingolstadt. Es wird einen Sieger geben. Es wird einen Sieger geben. Und ich weiß nicht warum. Ein Gefühl sagt mir irgendwie, dass Unterachin 2-1 gewinnen wird. Und jetzt denke ich mir im Nachhinein, das wird torreicher sein. 3-2. Ich glaube 3-2. Ich glaube das ist ja torreich. Irgendwie sagt mir das so ein Gefühl. Dann. Nächste Begegnung. Dresden gegen Hannover 2. Also ich weiß nicht, was das mit Dresden ist. Dresden eigentlich guter Kader. Haben ja auch, finde ich, einen guten Trainer. Aber irgendwie schafft man es nicht. Also 18 Punkte sind es eben aktuell, die man eben hat. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Man schwächelt so ein bisschen. Spielen gegen Hannover 2. Hannover 2 ja jetzt mit einem 5-1-Sieg in Wiesbaden. Also da habe ich schon so gedacht, was war das bitte? Ja. Und das fand ich sehr krass, das Spiel. Muss ich ganz klar zugeben. Ja, wie geht man da ran? Weil beide haben glaube ich noch nie gegeneinander gespielt. Also würde mich wundern. Ich gucke mal eben ganz kurz. Ja, noch nie gegeneinander gespielt. Ich sag mal, es muss ja eigentlich ein Sieg für Dresden sein, wenn man ehrlich ist. Aber ich kann Hannover 2 so ultra schlecht einschätzen. Und gerade weil ich die so schlecht einschätzen kann, aber ich trotzdem glaube, weil Dresden zu Hause spielt, werde ich auf ein 2-1 gehen für Dresden. Nur Standard-Tipp. Ich werde jetzt nicht höher oder irgendwie so tippen. Oder weniger Tore 1-0. Anders als so kann ich für mich aktuell nicht tippen. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und sprechen über... Ich hoffe, ich sag nichts Falsches. Genau. Und sprechen über den aktuellen Tabellenführer ja in der dritten Liga. Und das ist einmal Verl. Und die spielen eben gegen Sandhausen. Sandhausen, Platz 1, Verl, aktuell Platz 18, Abstiegsplatz. Ähm, ja. Finde ich interessant, aber dann doch irgendwie deutlich. Letzte Saison war es ein 4-4 in Verl. Ähm, und in Sandhausen war es ein 2-2. Sandhausen gefällt mir aber spielerisch aktuell gut. Klar, jetzt am letzten Spieltag, am Wochenende, hat man, äh, nur 1-1 gespielt in Cottbus. Aber Cottbus ist auch aktuell gut drauf. Ähm, dann muss man berücksichtigen, Verl spielt in Essen morgen. Und Sandhausen spielt heute gegen Stuttgart 2. Sandhausen schätze ich da schon so stärker ein. Die werden ihre Kräfte einteilen und werden am Ende mit einem 0-2 dann doch gewinnen. Kommen wir zu den Sonntagsbegegnungen. Und, boah, das ist schon eine harte Begegnung, finde ich. Nämlich spielt Cottbus gegen 18,60. Ähm, ich finde es deswegen schwer, weil mir Cottbus spielerisch aktuell echt gut gefällt. 18,60 schwierig. Also, ähm, jetzt ja eben mit dem 2-2 in und unter Haching eben. Da hätte auch mehr gehen können. War eben nur eine Punktenteilung. Und Cottbus finde ich da stärker. Ähm, Cottbus gefällt mir, wie gesagt, echt gut von dem, was ich da bislang sehe. Ähm, ich, ich sag schon mal so viel, ich glaube nicht, dass 18,60 gewinnen wird. Ich tippe entweder ein 2-2 oder ein 2-1 Cottbus. Ähm, 1-1 von beiden tippe ich. Die Frage ist, was? Ich weiß noch nicht, wie die letzte Begegnung von den beiden mal ausging. Deswegen mache ich das davon abhängig. War das letzte Spiel ein Unentschieden, tippe ich ein Sieg Cottbus. War das letzte Spiel ein Sieg, ähm, Cottbus oder ein Sieg 18,60 tippe ich jetzt ein Unentschieden. Da steht ja also genau umgekehrt. Okay, wir gucken mal. Wann war das letzte Spiel zwischen diesen beiden? Und, okay. Damit steht meine Entscheidung fest. Das letzte Mal hat man in der Saison 18,19 gegeneinander gespielt in der dritten Liga. Ähm. Aktuell heißt es 11 Siege 18,60, 5 Unentschieden, 6 Siege Cottbus. Und dadurch, dass das letzte Spiel ein 2-1 von 18,60 war in Cottbus, tippe ich jetzt ein 2-2. Ich glaube, das wird eine Punkteteilung werden, ähm, und beide trennen sich hier mit einem Remi. Kommen wir zur vorletzten Begegnung an diesem Spieltag und, äh, tippen Stuttgart 2 gegen Aue. Ähm, interessante Begegnung, Stuttgart 2, natürlich solide, sage ich jetzt mal insgesamt, obwohl man jetzt hier gegen Saarbrücken verloren hat, 3-2. Aber ich finde, man macht trotzdem vieles gut. Aue enttäuscht mich aktuell total. Die müssen sich rehabilitieren. Deswegen glaube ich, werden die zumindest einen Punkt holen. Also da bin ich auf jeden Fall der festen Überzeugung von, dass man zumindest einen Punkt holt auswärts. Stuttgart 2 ist ein schwierig zu bespielen der Gegner. Vielleicht schafft man es, vielleicht sogar zu gewinnen. Ähm. Ich, boah, ich schwank jetzt hier zwischen. Hm. Ich guck mal, haben beide schon mal gegeneinander gespielt? Ich glaube nicht, aber, äh, das würde mich jetzt mal trotzdem kurz interessieren. Oh lol, die haben, die haben schon mal gegeneinander gespielt. In der dritten Liga. Ähm. Denn, ähm, Waldhof Mannheim spielt gegen Wiesbaden. Finde ich eine sehr interessante Begegnung, weil Wiesbaden natürlich, ähm, warte, ich darf jetzt hier die Tabellen miteinander vertauschen, weil ich hier die Tabelle schon habe nach meinem 11. Spieltag. Aber ich muss hier nach dem 10. gucken. Wiesbaden mit eben 17 Punkten, äh, Platz 6. Man macht vieles gut. Man holt eben regelmäßig so die Punkte. Am, äh, Wochenende jetzt aber ja mit der 1 zu 5 Niederlage zu Hause gegen Hannover 2. Dann wird man ja jetzt morgen gegen Dresden spielen. Das wird hart. Und dann gegen Mannheim. Und ich glaube, Mannheim unterschätzen die. Mannheim gefällt mir aktuell echt gut. 3 zu 0 gegen Aue. Dann spielen sie jetzt heute in Dortmund gegen Dortmund 2. Und dann zu Hause gegen Wiesbaden. Wiesbaden wird die nächsten Spieltage, sag ich, gefährlich. Ich glaube, Wiesbaden wird unangenehm für viele Gegner. Ich sage 3 zu 1 für Mannheim an dieser Stelle und sage, dass Mannheim seine Siegesserie fortsetzen wird. Davon bin ich der festen Überzeugung von. Ja, meine Lieben, das waren hier meine Tipps zum 12. Spieltag. Und so sieht für mich dann die Tabelle aus nach meinen Tipps zum 11. und 12. Spieltag jetzt. Wie sieht eure Tabelle aus oder vor allem eben, wie sehen eure Tipps aus? Schreibt eure Tipps unten in die Kommentare hin. Freue ich mich vielmehr sehr darüber, dann eure Tipps zu lesen. Und eure Meinung über diese Spiele zu lesen. Von daher, ihr wisst, was zu tun ist. Checkt die Videos auch nochmal aus von der 2. Bundesliga und von der 1. Falls ihr die noch nicht gesehen habt. Lasst es doch noch rum da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Tipps in die Kommentare natürlich. Freue ich mich wie immer sehr drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns zu anderen Videos auf meinem Kanal wieder. Und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Aber ciao, liebe Top-Familie und Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.